Baustelle, Grümpel, Abfall und eine neue Überbauung und auch damit willkommen in Triemli in Zürich. Was darf in einer neuen Überbauung natürlich nicht fehlen? Die EWZ und ihre Partner. Wir sind heute auch wieder einmal hier für MyGate und zeigen, wo in diesem kleinen, überschaubaren, beschaulichen Raum so alles abgeht. Silvia, wir stehen hier im Triemli. Was erwartet uns heute von diesem Event? MyGate kann ihre Dienstleistungen präsentieren. Und das ist Service über Glasfaser, Internet, Fernseh und Telefonie. Und wir sind da, um die, die eingeladen wurden, vom EWZ Zürichnet zu begrüssen und ihnen zu zeigen, was wir als Firma MyGate bieten können. Zu dir jetzt als Verkäufer. Wir haben hier die Fernsehbox, die du dir so schnell zeigen kannst. Was haben wir hier? Das ist eine Box, die die Kunden bekommen. Was können sie mit dem machen? Was haben sie für Möglichkeiten? Mit unserer TV-Box haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel noch einen Browser integriert, wo unsere Kunden wirklich können. Sei es jetzt schnell SBB nachschauen, wenn schnell ein Zug fährt. Oder sei es jetzt Facebook, Twitter. Das sind alles Möglichkeiten, wo wir auch durch unsere TV-Box Zugriff dazu haben. Was haben wir für Anschlüsse auf der hinteren Seite? Wie kann man es an Fernsehen hängen? Hier sieht man es. Hauptsächlich wird es an der Fritzbox mit dem Ethernet-Kabel angeschlossen. Und zum TV wird es eigentlich mit dem HDMI angeschlossen. Das hat man heutzutage. Wann würdest du MyGate empfehlen? Ich empfehle MyGate allen, die viel Leistung für einen kleinen Preis wollen. Ich war das auf der Sonnenwege.